Herzlich Willkommen bei den Garage Heller in Zürze. Wir kennen sicher die Situation, dass man an der Tankstelle ist und sich nicht mehr sicher ist, von welcher Seite das jetzt eine Tankdecke ist. Wir von den Garage Heller zeigen euch jetzt schnell, wie das nie mehr passieren kann. Kommen wir doch kurz mit in die Showroom. Wir haben hier die Tankanzeige. Nebenan haben wir eine Tanksäule mit einem Pfeil gegen links. Das zeigt bei euch an, auf welcher Seite die Tankdecke ist. Am Beispiel des Nissan Micra ist es auf der linken Seite. Das Team der Garage Heller freut sich auf Ihren Besuch. . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020